Hello! Leute, ratet mal, wo ich gestern war. Ich mein's ernst. Ratet mal in den Kommentaren. Okay, es dauert mir jetzt zu lange. Ich war beim Zahnarzt, aber wie ihr sehen könnt, ist mein Zahn immer noch schief und klein. Das liegt daran, dass ich bei einem Zahnarzt bin, der anscheinend sich etwas später um mich kümmern möchte. Und zwar genau am 22. August, weil ich ja auf den Videodays und der Gamescom bin und dort natürlich für euch bereitstehen möchte. Ich hab gerade ein ganzes Provisorium im Mund. Sehr spannend auf jeden Fall, das jetzt zu erzählen. Es hat scheiße wehgetan. Also alle Leute unter euch, die mir geschrieben haben, dass eine Krone reinzusetzen weh tut, ihr hattet recht, es hat sehr wehgetan. Und ich hoffe, dass die richtige Krone reinzumachen nicht nochmal so weh tut. Weil ich glaube, dann explodiere ich. Egal, ich halte jetzt meine Fresse und kümmere mich um eure Snap. Ihr habt mir, glaube ich, richtig viele geschickt. Wo ist mein Handy? Wer mir noch nicht auf Snapchat folgt, ich heiße da Sunny Loops. Genau wie mein Kanal, nur zusammengeschrieben und kleingeschrieben. Moin Sunny, ich hab eine Aufgabe für dich. Ah, den kenne ich. Zahnpasta und Nutella mischen und das dann essen. Viel Spaß. Worauf hab ich mich eigentlich eingelassen? Ah, ich kann's leider nicht machen. Bin grad bei ihm zu Hause und er hat keine Nutella. Und es ist nicht mal ein Witz. Für dein Video und zwar, leg dich auf den Boden und trinke einen Schluck Wasser. Okay. Such einen Kaffstein an, der anzumacht. Liebe Grüße, Josi. Ich hab dich auch lieb und ich werde es jetzt probieren, aber ich bin, glaube ich, so ungefähr der untonerischste Mensch, den es gibt. Okay, nein. Nein, 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 nein. Das ist keine gute Idee. Oh Mann, jetzt ist mir voll warm. Leute, ich kannte sowas noch nie. Ich kann noch nicht mal einen Ratschlag. Ich kann eigentlich noch nicht mal Porzelbaum, um ehrlich zu sein. Kennt ihr das? Man hat in der Schule so Bundesjugendspiele oder so und das gibt's auch im Winter für Tonen oder so oder Tonfest hieß das, glaube ich. Ratet mal, wer immer nur maximal vier Punkte von, keine Ahnung, wie vier Punkten erreicht hat. Gut, mein Handy hat noch fünf Prozent. Das ist natürlich sehr gut. Hey, Sonny. Röpfst du mal das ABC? Wortkamera kaputt. Ich wollte schon sagen, in was für einem nebligen Haus bist du unterwegs? Ich kann ja nicht röpfnen, also... Hey, Sonny, eine Frage. Was ist dein Lebensziel? Mein Lebensziel ist, glücklich zu sein, ganz viele Orte gesehen zu haben, ganz viele Sachen bereist zu haben und so am Ende meines Lebens im Bett zu liegen und einfach zufrieden zu sein mit dem, was ich erreicht habe. Okay. Danke für diesen effektiven Beitrag. Gesundheit. Danke. Schatz, irgendwie hat es natürlich meine ganzen Chats geöffnet. Gerade. Boah, ich hoffe, ich kenne das so, wenn du so richtig dein zentrales Mittelpunkt von deinem Leben raus genießt hast. Ja. Ich merke so, ich habe so mein ganzes Leben gerade verloren irgendwie. Ich bin leer. Schatz, alle meine Chats wurden gerade geöffnet. Schaut mal die App neu. Ich kenne das. Ich habe das auch nicht mehr. Ist das jetzt gerade mein Scheiß-Ernst? Kannst du die nicht wiederholen? Nein, die sind alle offen. Alle. Ja, was ist das denn für ein Sch... Sie sind wieder da. Mega-Titte. Hört sich doch sehr gut an. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Was ist dein Lieblingssong? Mann, ein Mega-Titte. The Boring Question. I don't fucking know what's my... Marcel, was würdest du sagen, ist mein Lieblingslied? Boom von Major Lazer. Hä, das habe ich aber jetzt gar nicht mehr gehört wegen dir. Dankeschön. Sonny, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wann fahrt ihr eigentlich oder ist es anstrengend, jedes Mal nach Hameln oder nach Berlin zu fahren? Wie oft macht ihr das und wann eigentlich immer? Der Weg für mich ist als Beifahrer extrem anstrengend. Also ich bin da lasten und ausgesetzt. Das glaubt ihr nicht. Nein, aber also es geht eigentlich vollständig. Ich glaube, so knapp drei Stunden Fahrzeit und dann kann man auf dem Weg einfach was essen und dann ist es eigentlich entspannt. Und wir unterhalten uns halt immer. Also, nein. Kann man überhaupt die Frage mit Nein beantworten? Ich glaube schon. Ich habe schon wieder die Frage vergessen. Wir machen es oft, ja. Also wir fahren sehr oft von Berlin nach Hameln und nach Hameln, Berlin. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Ich habe gar kein Zuhause mehr. Wann habt ihr eigentlich vor, Scoops zu kaufen, eventuell zu holen? Ich meine, ihr habt ja gesagt, wir sind unsere Leute. Marcel, wann kaufen wir Scoops? Bald. Wir kaufen Scoops erst, wenn wir wieder zusammen holen. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie mal was Dummes gesagt. Weil ich meinte in einem Video von mir am besten schon heute. Aber das war halt so nach dem Motto, ich will mir hier kaufen und am liebsten richtig schnell welchen so gerne will. Also wir haben jetzt noch nicht geplant. Wir haben auch noch keinen Hund in Sicht. Also irgendwann wird der Hund existieren, aber noch nicht jetzt. Was sagst du von den anderen Beauty-Youtuberinnen? Ich feiere das irgendwie nicht, wenn jemand so in der Schublade ist. Also ich finde, Beauty-Youtuber sind nicht automatisch Beauty-Youtuber. Und Zocker-Youtuber sind nicht unbedingt nur Gaming-Youtuber. Ich abonniere speziell Leute wegen ihrer persönlichen... Oh Mann, jetzt ist die Kamera zu warm. Krass, gleich aus hier mit der Technik. Was habe ich gerade gesagt? Beauty-Youtuber, die Kamera wurde zu warm. Deswegen musste ich kurz eine Pause machen, die ungefähr 30 Sekunden lang war. Wahrscheinlich nicht mal das. Kennt ihr das? Ihr wollt dann die Technik... Ach, man heizt Maul, Sonny. Ich habe die Frage vergessen und wir müssen weitermachen. Es tut mir leid, dieses Video ist so verpeilt. Weiter geht's. Hallo Sonny, ich mache eine Rückwärtsseite. Ja, wahrscheinlich mache ich eine Rückwärtsseite, wenn ich gerade nicht mal diesen Handstand da geschafft habe, oder? Sorry. Na, wie geht's? Die Kamera geht die ganze Zeit aus, meine Chats öffnen sich immer selber. Hallo Sonny, eine Frage. Würdest du lieber ein Jahr im Weltall leben? Oder würdest du lieber so wie Backwills leben? Also dein Essen selbst suchen und alles drum und dran. Aber wer will Asphalt essen? Was würdest du nehmen? Ich würde lieber wie Bear Grylls leben. Weil ich voll der Naturmensch bin und der Arzt. Ich bin hier draußen. Mann, ich kann mich hier nicht konzentrieren. War die Kamera schon wieder zu warm? Ist sie gerade schon wieder ausgegangen? Ist sie das? Schatz. Was? Schatz. Was? Ich habe Marcel zu seinen einen jungen Abonnenten ein cooles Design gemacht. Ich bin voll stolz auf mich. Das ist sein Kanal. Schatz, das ist wirklich sehr schön. Sein Kanal erstellt Datum und eine Million. Guck mal, was sie mir gemacht hat. Das ist echt schön. Danke. Jetzt gib mir das Geld. Oh, ich will. Ich werde den nächsten Zahn rausschlagen. Du kleines Stück Schalalala. Mann. You're the club girl. Ich kann so nicht arbeiten. Ander arbeitet auf dem Bau und du machst YouTube. Alter Leute, dazu muss ich mich kurz was erzählen. Ich habe in einem Eislachen gearbeitet. Und da kamen Leute. Und haben so gesagt, sie sind am... Nein, da kamen Leute. Wollten die etwa Eis? Da kamen Leute, okay? Zwei... Ja, Spenze. Zwei Buben kamen da, die sehr böse waren. Und zwar haben die ernsthaft zu mir gesagt, Iiiiih, du arbeitest für das Vierlohn. Aber ich fand es voll frech. Weil immerhin bin ich arbeiten gegangen, ne? Genau. Sie sind schon wieder offen, die Snaps. Ich kann nicht mehr. Warum ist das so? Mein Handy ist irgendwie unfähig. Starten wir mal Snapchat neu, um zu gucken, ob die Snaps wieder da sind. Okay Leute, scheiß drauf. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten mit diesem etwas verpeilten Video. Kennt man natürlich nichts von mir. Nächstes Mal wieder high quality shit. Very deep, very interesting, very much information. Und dann würde ich sagen, nehmen wir es für nächstes Mal wieder. Tschüss.